...Konchitas ganz besonders zur Geltung. Dass dies zu einer gewissen Nervosität bei allen Beteiligten geführt hat, ist glaube ich durchaus verständlich. Denn wie oft kommt es denn vor, dass ein internationaler Star durchwegs vor heimischem Publikum mit Verwandten, Freunden, Webbegleitern und lokalen Künstlern ein Konzert gibt. Eine einmalige und wunderschöne Geste. Danke, Konchita. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen tollen, unvergesslichen Nachmittag und freue mich, dass Sie hier sind. Danke. Die Gemeinde kommt natürlich heute nicht mit leeren Händen, aber das wissen wir dann später.